Wir machen ganz viel Sport für alle, zu Hause für groß und klein. Erfolg seit 1963, kein Kampura zu verzeihen. Wir sind siegreich auf dem Rasen. Es ist Donnerstag, mal wieder Zeit für unser Bauchweinig-Workout. Liegehaft, 30 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Auge. Es geht jetzt direkt los mit der ersten Übung. High knees. 10 Sekunden Pause. Squat mit Criss Cross. Musik Musik Lunge, den Puls. Und auf die andere Seite. Lunge, den Puls. Lunge, den Puls. Letzte Beinübung unter den Puls und alles. Und wir eben abwechseln die Ferse. Die Beinmuskulatur, Quatsch. Die Badmuskulatur. Und wir wollen mal ein bisschen mehr einzuschufleten. Yes! Das geht auf den Mutt. Beine Kammerung diagonal mit der Nacht zum Sprügelenken. Wie die Übung heißt, reicht es leider nicht. Darum bestimmt auch ihr dein Arm. Wollen wir mal den Bandoflash? Und zum Schluss ist er los. Und zum Schluss geht's. Ja, das waren die Übungen für heute. Versucht die gehabt. Bereit mich, Gängel. Viel Spaß.